Die bliebte Mess- oder Maßangabe ist zurück. Wie viel von mir passen in einen Kofferraum rein? 318 Liter sagt vielleicht nicht jedem unbedingt was. Dementsprechend messen wir das jetzt mal selber nach. Das Unterflurfach von 61 Liter habe ich schon mal weggemacht, dass ich da reinfallen kann. Und dann ist das hier eigentlich ganz bequem und kann man es aushalten. Das bauen wir nochmal kurz weg. Und dann mal ein Knopfchen hier und das wäre sozusagen der Hunde-Check. Kann der noch rausgucken dann? Okay, er kriegt kurz was auf die Mütze, aber ein bisschen rausgucken geht noch.